Juna ist, langes Wochenende und morgen kommt Alex vorbei. Da spielen wir dann einiges im Koop. Haben wir ja lange schon nicht mehr gemacht. Was könnte man eigentlich einen Stream machen oder wir könnten eine Runde Smash zocken? Obwohl es für die Zuschauer vielleicht langweilig werden könnte, wenn es die ganze Zeit einseitig wird. Alex ist ja beim letzten 12 Stunden Stream schon in Runde 1 rausgeflogen. Der spielt auch echt Smash wie Schalke in der Liga. Entweder lässt er sich den Sieg noch im letzten Moment wegschnappen oder der spielt von Anfang an ganz unten mit. Das sagt der, der beim letzten Turnier aus Angst vor mir gar nicht angetreten ist. Ich bin Smash-Skillmäßig schon lange an dir vorbeigezogen. Eigentlich bin ich in jedem Kampfspiel besser als du. Such dir irgendeins aus. Es geht eh immer gleich aus. Irgendein Spiel, ja? Wie wär's denn mit allen Spielen? nein Untertitelung des ZDF, 2020